Was muss ich denn ausgeben für so ein Hangbird? Das kommt auf die Größe drauf an. Das beginnt bei 180 Euro für das kleinste Modell und geht bis 240 Euro für das wirklich große Modell. Würde ich immer empfehlen, weil man doch auch gerne mal zweimal wäscht und da hat man dann wirklich mit zwei Meter Länge und 80 Zentimeter Tiefe hat man dann wirklich viel Platz zur Verfügung.